Dr. Maia, bitte kommen Sie hierher. Richard Maia. Noch ein Applaus. Diese ist einfach das Symbol meiner Verbindung mit Menschen hier. Und das probieren wir jetzt. Ich weiß, dass Marco hat jetzt Angst, dass ich ihn wieder auf die Bühne aufrufe. Aber du kannst selber freiwillig abkommen, wenn du willst. Was wir heute machen, wir haben hier eine Kultur... Ein Applaus für Frau Bollinger. Das ist einfach mein Symbol, meine Verbindung mit den Menschen im Freier. Ich weiß, wenn ich nicht aufpasse, ich konnte alle Gehör holen. Ja, aber dann habe ich auch noch... Birgit, wo ist unser... Genau, Birgit, kommen wir hier. Ein Applaus. Wir spielen nur ein einfaches Spiel und das ist ein inzwischen populärstes Lied hier. Ich habe hier, ich habe hier auch noch einen Peter, Bessayer, aber Peter, bleib am Publikum heute. Hans Reif, bleib am Publikum. Ich könnte euch alle nennen, aber bitte, danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Okay? Hans Reif, möchtest du hochkommen? Okay, gut. Danke. Danke. Noch mal noch eine Frage. Was wir jetzt machen, wir einfach alles anschauen. Jetzt heißt... Ja, wohl. Danke. Nur Gott weiß, wer hätte ich rausgelassen, aber... Haben Sie da Vorschlag heute mit dem Brommer? Gut. Danke. Brommer Kreis ist ein Zeichen, wo Menschen zusammenfinden. Ich hoffe, dass ich das richtig gesagt habe. Also, wenn Leute zusammenkommen, genau wie die Obelshausener Gruppe, eigentlich muss ich auch noch ein Applaus bitte an der Hopfenstraße. Ein riesiger Applaus von der Hopfenstraße. Vielen Dank. Einige von uns würden sagen, will er jetzt singen? Nein, das ist nicht lustig. Noch mal. Was wir jetzt singen, ist, du bist schön, ich bin schön. Bei uns gibt es keine kreislichen, ihr seid. Warte, warte. Ich habe euch gesagt, ich bin ein gutes Beispiel von Integration. Und ich gebe den jungen Leuten Hoffnung, wenn sie hierher kommen, dürfen sie mit ihrem Potenzial was machen. Aber dieses Potenzial soll erkannt werden. Und das haben viele Leute hier erkannt. Deswegen ist dieser Preis zu groß für mich, weil es heißt, Erkennungspreis. Deswegen erkenne ich euch. Ihr seid schön. Wir haben schön. Bei uns gibt es keinen kreislichen. Frau Woters, danke, dass Sie da sind. Genau. Ja, einige Leute wollen nicht, dass ich den Namen hier nenne, aber ihr seid die Stützpunkte in meinem Leben hier in Bayern. Hier in Deutschland, besonders hier in Bayern. So, wir fangen nochmal an, weil das soll eine Thematik dieses Mal, dieses Mal sein. Und wenn wir diese Solidarität miteinander machen, dann wird kein Krieg nirgends geben. Diese Fantasie, Friede wird dann Realität. Applaus 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 Kann ich bitte aufstehen? Wenn du kannst, wenn du kannst, einfach aufstehen. Und bleib auf ihrer Stelle und dann vor uns mit klatschen. Dreimal klatschen. Es geht so. Du bist schön, ich bin schön, bei uns gibt es gerne glaslichen. Es ist schön, wir haben schön, bei uns gibt es gerne glaslichen. Du bist schön, ich bin schön, bei uns gibt es gerne glaslichen. Du bist schön, ich bin schön, bei uns gibt es gerne glaslichen. Noch einmal. Du bist schön, wir haben schön, bei uns gibt es gerne glaslichen. Lauter. Noch einmal. Du bist schön, wir haben schön, bei uns gibt es gerne glaslichen. Noch einmal. Werner. Dannio 1 beten immer. Dannio 1. Dam�. Zitοι. Zitοι. Der Goodloper. Ach, putz. Vielen Dank.